WDR mediagroup GmbH Wieso hast du die bisschen angeheizt? Zwischen Lock und Spendleisten, Luftfahrt verbunden Warte, sah? Luftfahrt ist verbunden, der Riecht verbunden Ja, wir haben gerade den Schuhrad Ich weiß nicht, ob noch ein Schuh berunden ist Aber da gibt es auch noch ein Prell-Bopp-Gleis, den man auch jeden fahren kann Wir haben Hemmschuh drauf Ja? Also eine Schuh Also die Lock ist nicht gebremst Ja? Wurde! 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 Das ist kein Problem, den Barsch. Das ist kein Problem, der Barsch. Wettbewerb Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.